VITAL ist etwas über 40 Jahre alt und wir waren quasi Trendsetter, bevor es mainstreamen würde. Unsere Leserinnen sehen das schon als ganzheitliches Paket, dass sie sich tatsächlich, wenn ich mich schon bio ernähre, dass ich auch nicht möchte, dass ich irgendwelche chemischen Mittel auf meiner Haut habe. Das ist schon ein ganz klarer Trend, dass sich die Dinge so zusammenfühlen. Ich lege Wert auf schadstoffarme Produktion und diese Firma in Italien, wie wir diesen Stoff jetzt seit vielen, vielen Jahren herstellen, hat ihren Produktionsprozess in den Jahren inzwischen soweit optimiert, dass die inzwischen kein Wasser mehr aus der kommunalen Wasserversorgung in großem Maße abnehmen. Also die haben eine eigene Kläranlage, also das ist praktisch ein Kreislauf. Das sind Hightech-Materialien, die zum einen sehr gesund und sehr sauber sind und aber auch einen sehr hohen Tragekomfort garantieren. Das sind so richtig Funktionstexte, das heißt die Frauen tragen oder auch Männer tragen die Stoffe, es fühlt sich gut an auf der Haut, die gleichen Feuchtigkeit, Temperatur aus. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017